ja heilt bekommen mein name ist daniro lp und ich begrüße euch zurück zu let's play blade kitten in der letzten folge haben wir die erste level noch ein bisschen weiter erkundet und haben blondinchen wieder getroffen und wir können sie immer noch leiden glaube ich und sie kann uns nicht leiden passt und ich glaube in dieser folge ist mal langsam mal die erste erschöpfen was da waren gold für stimmel ich habe ganz viele münzen er der erste level unser geld anteil und hat 7530 das hätte böse ausgehen können glaube ich mein schwert verschwindet wenn ich da rein schlage immer weiter nach links gehen wenn wir level auch deswegen halt mich mal ein bisschen zurück möchte mal hier auf dieses ding umgehen das bin ich ja gerade alles am steuern ich bin das so schön nicht coole kamera bewegung kommt nicht so noch nicht gesehen halt nein nein da bin ich doch so weit von lang gekommen hätten sie wieder warten sprung kann ich mich schützen okay so auch wenn ich stehen bleibe und mich schütze ist nicht schlimm nur wenn ich mich bewege und schützen dann ist nicht gut weiß ob dieses wissen alles möchte ich sagen wir irgendwann so was hat denken wieso komme ich damit schon nicht dran dann mache ich eben recht sprung sehr schön aber das war wieder so ein rohr das war nicht rein der kiste wird geschossen der wasser hatten der typ gegen kisten sagt hat mario das ist eigentlich auch kisten und kisten kaputt aber egal dann gehen wir mal ganz nach rechts und springen da ja da war sehr viel zeugs naja die patina kann man glaube ich verkraften ja sagen wir mal den normalen weg die normale anständige leute nehmen und nicht so weit was ich gerade gemacht habe er schafft es immer wieder direkt der nächste auch über den haufen schlitzel da wo sind wir ja tust du noch mal begegnet irgendwo hier ne macht irgendwie so einen verdammten ratschlag nach unten so als wäre sie was besseres und naja ich werde zu einem richtigen zick habe ich so das gefühl wenn ich das spiel weiter spiele ja damit ja damit das auch das auch Sommer so level zu ende okay oder im boden die decke oder was auch immer gerannt okay ich habe geld gefunden gut hier war ich glaube ich auch schon aber weiter davon habe ich schon viele so sorry I'm gonna have to look somewhere else fine fine very hungry now eat his okay ich war so unfreundlich aber ich gucke mich erst mal hier oben habe etwas geduld merkwürdiges kleines fiech von einer raste die ich nicht kenne ich bin irgendwie nichts machen warte warte keine ahnung jetzt habe ich es aufgegeben dann konnte ich es direkt wieder machen ich wusste es warte wird alle wasen und ich stellte niemanden dass ich hier einfach so mit dem ding umfuchte okay die treppe hoch ich mache teure vasen kaputt da kann ich doch bestimmt irgendwie hoch das sehr schön okay was haben wir hier was habe ich da bekommen irgendwie nachgucken oder so select okay einfach mal so sinnlos gedrückt dann ist ja auch so arbeit wir haben mit select so ein menü warum nicht da ein status im gesundheit 100 auf der runde text haben wir genau so hießen die sind auch 186.590 ja das gibt es ein von 20 wir haben truhen 13 von 142 meine güte fünf prozent haben abgeschlossen wir sind zwar rang 20 zivilist und und datenpacks haben wir nur so dann waffen arena ich kann meine maximal gesundheit erhöhen ok dauerkostüme kaufen geil ich habe ja jetzt schon irgendwie so ein geiles schwert kaufen ich habe ja jetzt kostüme sagen wir schön fluganzug kann ich zwar schon angucken sehr gut pyjama kleid justice ey das ist doch Dings die ist eine absolut nervtötende wasserstoffperexid nummer und erschreckt die kinder mal Gasse ok sunday was wahrscheinlich sind das hier voll die Spoiler oh my god hey hey das kommt irgendwie bekannt vor ja ich alles schon charaktere irgendwie was mit prozent diese episode 100 prozent ab ok hier wollen wir mal ein skips datenpacks und also was schwerter wenn ich mir das schon kaufen würde dann dann ja ja gute nacht weil das war ich schwörte erstmal level auswahl ok hier kann ich die level und so machen steht hier irgendwie so prozent anzahlen wie viel ich abgeschlossen habe äh 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 nein teuer kochen war ja 15.000 gut dann irgendwas also auch ich bin mit kotons wie bei mutter oh thank you you money good here oh go by you come back next time and you buy handy sehr gut ja 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 schön aus weiß ich nicht aber irgendwie speichern oder so was ich mal irgendwie wenden will man speichert der automatisch ich hoffe ja schon ich dachte das war knapp das war doof wir müssen immer noch dieses Viech hier finden warum guckt der Typ mich die ganze Zeit immer so blöd an ist ein DÜS EGAL ich würde sagen dass der letzte Patte den ich heute noch aufnehme danach werde ich mich nicht mehr heute bitten damit ich einfach weg na du äh ich wollte da lesen da aber da stand nix was ich lesen kann 80 zu 0 glaube ich steht da ruhig bei bei binky pussy what hey there little buddy don't be scared i don't want to hurt you stay i just want to get those sausages you've eaten them already haven't you hey what are you doing back here me oh i was just taking my little friend here for a walk didn't your mother teach you not to play with vermin we're gonna have a break i guess if she did you might have some teeth left aww thanks come on little buddy let's jet Okay, Skiff kann helfen, an manchen Interessen vorbeizukommen. Ah, bitte! Drücke 3, wenn... ... das Dingensymbol erscheint. Geil. Au. Ich möchte noch ein gesundheitsupgrade. Ich krieg voll aufs Maul. So, und dann ist sie hier, oder? Okay. Hier ist übrigens alles komplett blind schon wieder. Hab ich das schon gesagt. So, gehen wir erstmal die Würstchen ab. Nehme ich an. Oder? So, ich hätte gerne noch ein Ausdauer-Update. Äh... Hallo! Äh, ne mal hier. Du möchtest garantiert. Du kommst zurück, wenn du bei Top-Good-Stuff hast. Ja, das kann ich nicht Level-Auswahl machen. Bin ich jetzt in einem Level drin, oder was? Was? So, die Würstchen. Ja, wo ist der Typ? Was ist denn der Typ? War... War nicht der im Schiff gerade? War doch der, oder was? Ich muss schon sagen, die Stimme kannte ich. Die kannte ich doch. Ach, ja. Ach, ja. Das ist doch wie Mario. Da sehe ich schon die nächste Truhe. Und da sehe ich was, was mir gar nicht gefällt. Wie? Da oben hab ich eine Truhe gesehen, die ich hab. Sehr gut. Und? Getroffen. Hab ich denn den Kopf abgehakt? Wie brutal. Der begleitet mich jetzt hier überall. So wie ich das mitbekommen habe. Alter. Bist du denn? Ach, du bist wieder so einer. Wie 3D. Das ist jetzt irgendwie so aus. Gehen wir mal runter. Oh, sehr gut. Sehr gut. Oh, eine Truhe. Er hat mich doch schon ein bisschen, dass ich diese eine Truhe übersehen habe. Ja, so ein ganz kleines bisschen. Extrems. Was auch mal machen. Aber ich kann ja in die Level wieder zurückgehen, jederzeit. Das ist ja schon mal gut. Hoppala. Warum ist er da durchgegangen? Er kann doch fliegen. Warum ist er nicht? Ich stelle natürlich sowas überhaupt nicht in Frage. Ja. Haben wir da noch was? Ne. Das war schwarz. Ne. Ich glaube, ich habe irgendwie viel zu viel Geld. Viel zu wenig Sachen, die ich dafür kaufen kann. Also glaube ich bestimmt schon, hat alles weggekauft. Ja, weiß. Ja, weiß. Hoppala. Oh, ich liebe das Truhe um kaputt zu machen. Das besten wäre so, wenn man Rollenspiel hätte, wo man die Truhe kaputt machen kann. Und dann verteilt es sich irgendwie so 1000 Goldmünzen oder so im gesamten Gebiet. Die muss man alle aufwischen und das wäre ja richtig dämlich. Aber es sollte es auch mal geben. Finde ich. Kollege sagt mir ja irgendwie, die neuesten Assassin's Creed Teile. Da muss ja irgendwie Thron mit einer App öffnen, die man erstmal auf dem Handy laden muss. Was denn? Keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Assassin's Creed Teil gespielt. Aber es klingt doch schon ein bisschen dämlich. Wenn ihr mich fragt. Warum verschwinden die immer? Wie wirkt das, wenn ich... Oh, ey. Wenn ich irgendwie mal beende. Also beim Vorübergehen auch schon nach Dings und Hex... Bla, bla, bla. Ich versuche das hier zu lesen. Sauer 3. Bremse. Sehr schön. Ja, das ist nicht der Kopf, dass ich mit der Helm bin. Ich vermisse. Ich habe aber so ein Rundes weg, wie wir sehen. Auch geil. Du hast total Zerstörung. War es kaputt. so geheimnismäßig bin ich haben wir schon viel gefunden da sind schon soldaten sich jetzt gerade zu ende gesagt ich wollte sagen wenn ich irgendwie beende oder irgendwie so was das dann wieder an der gleichen stelle rauskommen am letzten kontrollpunkt oder irgendwie so weit die ganzen level dann neu machen muss okay da gehen wir auch vernerven da auch damit nämlich dann sammeln ich bin am brennen der bild war am brennen verdammt ey verdammt ich gehe einfach durch so dann ich klette runter hallo nein habe ich nicht ich habe aber einen Skiff ich habe gegen die ein bisschen effektiver ja es ist effektiver so gefühl das wird dann ich werde zwar vielleicht da voll abgeschossen aber egal sehr nice tut das weh ja ich hoffe noch klar was sagt denn hier ok äh das ist noch vorübergehend ok dafür was die tür hier ohne was öffne ich damit was öffne ich damit das Ding das Ding warte mal da rechts komm ich da zur Truhe ich möchte die Truhe haben ich möchte sie unbedingt haben aber geht nicht wie komm ich da hin bitte verarsche er mich nicht warte die Johannes von Herrmann 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 da habe ich sagen sind schon wieder genug minuten der ich hier gemacht habe ich weiß nicht sieht es mir aus schlossen 7% grün schnabel ok alles klar dann bestzeit ja super kann ich jetzt hier einfach rausgehen und dann hat sich das nicht das spiel geschlossen nicht gespeichert vor spielte gehen verlaut das spiel wirklich beendet werden dass ich mal gucksten hier wird auch schon irgendwie gezeigt so mit dem speichern weil ich beide auch wahrscheinlich auch ja ich hoffe einfach mal dass wenn ich wieder wo ist ihren speichern und ist ja irgendwie so was kommen was war eine wand oder war so ein kontrollpunkt ich habe jetzt nicht alles gespeichert wenn ich dann muss ich halt noch mal machen was sollst wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play schon ein ganz anderes spiel wieder nennen ich meine natürlich wir sehen uns dann in der nächsten folge von blade kitten ich bleibe mich alle herzlich für zuschauer und sagen tschüss bis zur nächsten folge